Preisgekrönt Gasmasken Elena Bodnar hat ihre Karriere in Tschernobyl begonnen, als die Medizinerin der Uni Chicago die Nachwirkungen der Atomkatastrophe untersuchte, hatte sie eine Idee. Man könnte doch aus einem entsprechend konstruierten Bistenhalter zwei Gasmasken machen, die so rasch greifbar wären. Jahre später setzte sie ihren Einfall um, publizierte darüber einen Artikel und wurde nun mit einem der zehn IG Nobelpreise geehrt. Bierflaschen Den IG Nobelpreis für Frieden nahm der Schweizer Gerichtsmediziner Stefan Bolliger für sich und vier seiner Kollegen an der Universität Bern entgegen. Das Team hatte gezeigt, dass es zumindest theoretisch besser ist, mit einer vollen statt mit einer leeren Bierflasche einen Schlag auf den Kopf verpasst zu bekommen. Zu Schädel-Hirn-Traumata führen zwar beide, doch volle Bierflaschen würden früher zerspringen als leere. Schädel-Hirn-Traumata und Schädel-Hirn-Traumata und Schädel-Hirn-Traumata Schädel-Hirn-Traumata Schädel-Hirn-Traumata